Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zurück zu Ultimate Admiral Dreadnoughts, einem, wie ich finde, sehr, sehr erfolgreichem Let's Play so far. Also freut mich wirklich sehr, dass das LP so gut ankommt bei euch und ja, ich hoffe, dem auch Rechnung tragen zu können. Mai 1897, wir haben im Moment 43 Schiffe in unserer Flotte, davon 5 Schlachtschiffe, was doch schon recht beachtlich ist, aber wir haben hier immer noch einen gigantischen Überschuss an finanziellen Mitteln. Wir haben den Schwenkreuzer Hessen designt und den würde ich jetzt auch ganz gerne mal auf Kiel legen. Das heißt, wir gucken mal hier, wir haben hier 3, 6, 8 und das sind alles noch die alten Hobel, ne? Steher. Ich würde jetzt einfach mal 4 bauen, Schiff bauen. Und 2 kommen nach Kiel. Boah, diese Tooltips da, nach wie vor, sind die mir zu hektisch. 2 nach Wilmshaven. Ach ne, warte mal, ich will gerade mal jetzt gucken. Zack, zack. Ne, zack. Kann ich jetzt select? Ne, jemand hatte mir gesagt, wie ich hier mehrere Sachen markieren kann. Ah ja, Steuerung. Ah, okay. Sehr gut. Vielen Dank für den Hinweis auch. So, Wilmshaven, wählen. Hoppala. Okay, dann haben wir ja 4 neue, schwere Kreuzer, die wir auf Kiel gelegt haben. Jetzt checken wir mal die Wissenschaft aus. Es gibt keine größeren Erfindungen mehr, die jetzt zumindest recht kurzfristig hier an den Start gehen können. Was für unsere Großkampfschiffe, also sprich, unser neues Schlachtschiffdesign hier relevant sein könnte. Von daher würde ich sagen, wir warten jetzt hier nicht mehr länger und entwerfen jetzt hier ein neues Schlachtschiff. Und dann können wir die Hannover auch direkt mal hier ausmustern. Odin. Odin gefällt mir nicht wirklich. Ich würde es nur mal Preußen nennen. Schlachtschiff Preußen. 17.000 Tonnen. Mehr geht nicht. Es ist die Maximal-Tonnage dieses Rumpfes. Das heißt, wir sind mit unseren Werften hier auch gut beieinander. Ich mache das erstmal auf 16 Knoten. Und Bereich lassen wir hier mal Mittel. Besatzung machen wir hier aber schon mal Standard. Und dann würde ich... Kann man so Türme nachrüsten? Na ja, jetzt hier zu forschen und zu hoffen, dass wird ein neuer Turm hier entworfen von unseren Ingenieuren, ist natürlich so ein bisschen spekulativ. Und da wir da einfach noch gar nichts haben an Forschungs-XP, sage ich mal, an Fortschritt, ist es halt, ja... Wäre das im Bereich der Spekulation, aber der passt ja eigentlich ganz gut, sehe ich hier von den ganzen Maßen und so. Also scheint das ja schon auch für diesen Schiffstyp hier vorgesehen sein. Dann auch da nehmen wir natürlich den zweiten Turm, setzen den erstmal, soweit es geht, nach innen. Genauso hier. So... Einfach um den Schwerpunkt, ja, hier schon mal zentral zu halten. So, da haben wir jetzt hier noch knapp 6000 Tonnen. So ein Schornstein 128 Tonnen Geld soll mal keine Rolle spielen, aber da nehmen wir natürlich... Ja, aber so viel mehr Durchschluss generiert der halt nicht. Aber wir können drei verbauen, das ist schon mal ganz cool. So würde ich das mal machen, auch da möglichst mittig, obwohl da sind wir jetzt natürlich schon... Naja, wir haben erstmal die Geschütztürme und dann schauen wir mal, wie sich das hier dann noch verschiebt. Ja, Zentralkanone natürlich. Und ich würde das größte Kaliber verbauen wollen, wenngleich das dann die Marke 1 ist. Ach, da... Na gut, das kann man dann vielleicht nachrüsten, ne? Wollte nochmal gucken, wie es aussieht. Den können wir gar nicht draufsetzen, ja? 30 Zentimeter. Das gefällt mir nicht. Was haben wir denn an Marke 2 geschützen? Als nächstes würde dann wahrscheinlich hier die 28 Zentimeter Kanone kommen. Marke 2. Nein, Entwurf speichern. Ja, ja. Wir gehen nochmal raus. Wir gucken nochmal in die Forschung. Wie schnell könnten wir denn jetzt hier neue Geschütze entwickeln? Wir haben aktuell keinen Fokus gesetzt. Große Waffen. Wie ist das denn hier? Große Waffen. Marke 2. Na ja, da kommt dann wahrscheinlich erstmal hier die 28 Zentimeter. Wäre es sinnvoll, hier ein Schlachtschiff mit 28 Zentimeter Geschützen zu bauen? Und dafür dann, wie unterscheiden die sich denn? Ich glaube, 28 Zentimeter haben wir bei unserem Kreuzer hier, ne? Planen, gucken wir mal. Ne, 23 Zentimeter. Und was haben wir bei unseren bisherigen Schlachtschiffen verbaut? Was ist denn für Ladezeiten hier? Ja, ist jetzt natürlich nicht mehr, weil ich das gelöscht habe. Aber wir können ja in die Flotte gehen und einfach mal uns die Hannover angucken. So, 25 Zentimeter. Das heißt, wir hätten trotzdem einen Kaliberzuwachs von 3 Zentimetern. Plus wir können es ja noch ein bisschen breiter machen einfach. Vielleicht kommen wir dann trotzdem auf 30 Zentimeter oder so. Und ich würde jetzt noch ein letztes Mal hier mir einfach nochmal die Unterschiede hier anschauen. Bei Hauptgeschützen, Zentralkanone zwischen Marke 2. Wenn man das überhaupt vergleichen kann. Marke 1. Was haben wir denn? 11,4. Ja, die Reichweite geht halt dann deutlich nach oben, ne? Guck mal, da hat hier die 23 Zentimeter Kanone so eine Reichweite wie eine 28 Zentimeter Kanone. Die ist hier schon bei 11,4. Das heißt, wir kommen ja auf eine ähnliche Reichweite. Was verbessert sich da noch? Schaden. Ah, gut. Plus 13 Prozent. Ja. Ah ja, ich glaube, wir machen das. Das ist ein bisschen Risiko jetzt. Ja, ja, ohne Speichern. Dann forschen wir jetzt hier nach schweren Geschützen. Obwohl man die auch nachrüsten könnte, ja? Geschützanordnung. Was haben wir da denn? Das ist okay. Da sind wir ganz gut am Start. Eine Leitstelle. Was haben wir da zuletzt bekommen? Wow. Da kommen wahrscheinlich erst mal kleine Türme, oder? Stereoskopischer Entfernungsmesser. Das ist eigentlich das, was wir brauchen für unsere Hauptartillerie. Sollen wir hier Leitstelle nochmal forschen? Aber da kriegen wir wahrscheinlich irgendwas anderes. Ne, mach ich mal nicht. Wir lassen mal den Fokus hier auf große Waffen. Das wird einfach schnell vorankommen. Ist ein bisschen Risiko jetzt. Nein, hier wird überhaupt nicht mehr gehandelt. Aber uns steht auch kein Konflikt bevor. Das einzige Szenario, was ich mir im Moment vorstellen könnte, wäre ein Bündnis mit Österreich-Ungarn. Bündnis mit Österreich-Ungarn und die gehen in einen Konflikt mit Frankreich. Kann ich euch gleich mal zeigen. Ich würde aber auch nochmal ein paar Torpedoboote bauen. Und zwar... Achso, warte mal. Und zweit... Wie viel haben wir? 500... Warum haben die denn hier so eine unterschiedliche Tonnage? Das ist ja seltsam, oder? Das ist ja alles der gleiche Schiffstyp. Helgoland... Da können wir nämlich mal vier Torpedoboote nach Helgoland verlegen. Ne, Schiff bewegen. Achso, das kann ich ja sowieso. Vier. Ja. Okay. Weiter geht's. Ergreifen die Waffen. Kontrolle über Covid zu erlangen. Ah ja. Gegen die Türkei. Und wir bauen... Was haben wir in Danzig liegen? Da haben wir zwei... Drei Schlachtschiffe. Sogar zwei schwere Kreuzer. Okay. Dann Pillow bekommt hier... Neue Torpedoboote. Neue Torpedobo. Sechs Stück. Bauen. So. Ne, komm. Hä? Merkwürdig. So, Pillow. Da haben wir's. Okay. Und ich würde hier auch... Na, da würde ich noch... Obwohl wir haben hier so viele Kreuzer. Was haben wir in Kiel liegen? Vier Kreuzer. Also leichte Kreuzer, ne? Und wir haben hier auf See zwei leichte... Ich würde in die Ostsee gern noch... Zwei leichte... Oder sollen wir noch mal welche bauen? Wir warten noch. Dann bauen wir einen neuen Kreuzer-Typ. Wir haben ja in der Ostsee leichte Kreuzer. Und dann belassen wir das erstmal dabei. Die Regierung möchte wissen, ob sie den Sieg über die Chinesen in einem bevorstehenden Krieg garantieren könnten. Oh, ich wollte ja gar nicht. Entschuldigt, bitte. Natürlich ist unsere Fotos stark genug. Es ist lediglich notwendig, die Finanzierung für die zusätzliche Schulung unserer Mannschaft zu handeln. Ich kann es tun. Aber erst nach dem Einsatz wichtiger Kampfeinheiten. Da muss deutlich erhöht werden. Es ist besser zu diskutieren. Ja, China, da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Konflikt. Die Regierung fragt nach ihrer Meinung zu U-Booten. Sie glauben, dass ihre operative Nützlichkeit äußerst begrenzt ist. Daher besteht kein Bedarf mehr in U-Boot-Kriegs. Und das sehe ich anders. Das U-Boot ist eine vielversprechende Waffe, die die marine Taktik revolutionieren wird. Wir müssen mehr unsere U-Boot... Ja. Fanti-U-Boot können unsere Handschuhe... Oh. Kolumbien würde gern... Nein. So. Er greift die Waffen. Kontrolle über Kosovo zu erlangen. Okay. Ich dachte, da ist ja ganz schön was los mittlerweile, ne? Okay, wir gucken uns mal die Wissenschaft an. Jawollo. Was gibt's? Das ging jetzt dann doch schneller, als ich dachte. Sollen wir dann einfach weitermachen und hier die Mark 12... Mark 2 von den 12-Zoll-Geschützen entwickeln? Ja, machen wir. Oh Mann, ich sag ja, das ist wie ein PC kaufen. Man hat nie das Beste. Man will immer das Nächste auch noch mit reinnehmen. Und auch noch. Und dann hat man doch wieder nur alten Kram in seinem Rechner. Eine politische Partei, die die Mehrheit im Parlament gewonnen hat, will einen Gesetzentwurf durchsetzen, um die Finanzierung der Flotte zu reduzieren. Was ist deine Reaktion? Ihre Reaktion, bitte. Über die potenzielle Bedrohung durch Frankreich. Ja. Jetzt habe ich nicht geguckt. Hat sich wahrscheinlich verstanden. Auf einer Pressekonferenz haben Journalisten Ihnen eine Frage zur Außenpolitik der Regierung British Empire gestellt. Was ist deine Antwort? Eine abenteuerliche Politik, die oft im Konflikt mit unseren eigenen Interessen steht. Ja. Die Regierung des Empires ist vernünftig und trägt zur Stärkung der Beziehung zwischen... Nee. Sie leitet die Frage, die Abteilung für... Ja. Oh, drei Unruhe. Oh, wir haben 10,4 Unruhe. Da müssen wir dann ein bisschen aufpassen. So, wir gucken uns jetzt schon mal... Schwerer Vorfall. Der neue Anführer von Opa Volta, was... Wortser fragt ist Opa Volta, wird aufgrund einiger jüngster Zwischenfälle und gemeinsamen Grenzen derzeit als Bedrohung für die... Die Spannungen zwischen den beiden Ländern nehmen gefährlich zu und große Offensive wird innerhalb des nächsten Monats erwartet. Was ist denn? Grenzen ändern sich. Greece hat Tupel-Ottemberg besiegt. Opa Volta. What? Weil da müssen wir ja eventuell dann Schiffe hinschicken, aber ich weiß überhaupt nicht, wo das ist. So, Wissenschaft. Ich würde... Nice. Hier kriegen wir... Wir könnten hier... Torpedo-Gewicht... Das ist erstmal nicht so wichtig. Torpedo-Größe ist ganz nice. Da geht Schaden und Reichweite nämlich hoch. Fünf Monate, das hat aber auch so Zeit. Naja, da kriegen wir jetzt ja... Ach, das ist gar nicht so sortiert, wie man es erforscht hat, sondern jetzt einfach, sag ich mal, alphabetisch. Ja, also in dem Fall numerisch, aber genau. Wir gucken uns mal jetzt die 12 Zoll, beziehungsweise 28 Zentimeter Geschütze an, was die können. So, 14. Siehst du, das hat sich doch gelohnt. 14,6. 14,6 Kilometer. Wir haben... Das kann man jetzt hier noch nicht aussuchen. Eine bisschen verbesserte Feuerleitanlage. Das hat sich durchaus gelohnt, auch wenn natürlich das Kaliber noch nicht so geil ist. Trotzdem verbauen wir das jetzt. Und dann gibt es halt nochmal ein Upgrade oder so. Also... Schlachtschiff Preußen. Preußen. Wir hatten gesagt 16 Knoten. Und hier schon mal diesen hier. Hauptturm. Oder sagen wir nochmal warten. Herrgott, es tut mir wirklich leid, Leute. Aber ich... Ein Wawong-Spiel, was ich hier treibe. Ich meine, wir haben ja noch Schlachtschiffe, auch wenn das verdammt alte Hobel sind. Wissenschaft. Ich gehe hier mal raus. Das ist eine Leitstelle. Rüstungsqualität. Könnte... Ja. Zerstörer-Design. Torpedo-Boot. Zerstörer. Achso. Ne. Okay, wir machen mal weiter. Große Waffen sollen wir hier... Ich vermute mal, da kommen, wenn überhaupt, kleine Türme. Aber sowas gibt es ja zum Beispiel auch noch, ja. Warum? Verstärkung. Ja, da werden wir auch erstmal keine neuen Rümpfe sehen. Aber Kessel vielleicht. Ah, komm, einen weiter. Also wir werden auf jeden Fall in dieser Folge noch ein Schlachtschiff designen. Das garantiere ich euch. Ein ausländischer Journalist hat sie angesprochen und nach einer hochrangigen Person aus der Admiralität von Italien gefragt. Du hast noch nie von ihm gehört. Ergreifen Waffen und versuchen die Kontrolldämpfe. Trance-Dializer. Okay. Noch eine Runde, dann wissen wir es. Ob sich das lohnt. Sollen wir dann das nächste Kaliber noch mitentwickeln? Dann hätten wir aber auch ein echtes... echt gutes Schlachtschiff. Es ist wirklich gefährlich, was wir hier machen, habe ich das Gefühl. Bau neuer Schiffe. Hängst du dich jetzt auf oder was machst du? Ah ja. Okay, U-Booter. Allianz und Handelsabkommen mit Österreich. Hm. Ach, Syrien. Okay, ich dachte schon wir. Okay. Einen Monat. Fortgeschrittene Türme. Neue Schiffsteile verfügbar. Läufe die größten Kriegsschiffe wie Schlachtschiffe. Yes. Äh, ach nee, Moment. Enthalten Komplizität auf höchstem Niveau. Jawohl. Aber das klingt doch jetzt fantastisch. Du, 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 du. Das geht echt schnell, ne? Wenn man nur so einen Fokus setzt. Wissen wir hier schon, was der erforscht? Interner Schutz. Machen wir direkt mal einen weiter. Und dann bauen... Ach, oh Mann. Bauen wir jetzt? Also entwickeln wir jetzt? Oder was machen wir jetzt? Wir haben erneut gewonnen. Fortgeschrittene Türme. Ich bin gespannt. So, Wissenschaft. Dann gehen wir hier raus. Turmdrehgeschwindigkeit. Na hopp, das nehmen wir auch noch mit rein. Himmel, Herrgott. Und dann, jetzt haben wir schon 1898, so elektrische Geschütztürme. Turmdrehgeschwindigkeit. Das ist nämlich ziemlich geil, ne? Also gerade bei einem Schlachtschiff. Was? Wo die Türme sich extrem langsam drehen. Okay. Jawoll. Das war gut, Leute, dass wir das gemacht haben. Guck mal, was haben wir hier für einen Unterschied, ja? Genauigkeit. Auf lange Distanz. Ja, zwei Pünktchen immerhin, ja? Also das sind ja 30 Prozent quasi mehr, ne? Oder? Ja. Zwei Schadenskontrolle geht hoch. Zielsignatur natürlich auch, aber das ist mir doch Jucke. Nice. Sieht aber genauso aus, oder? Irgendwie oder sehr ähnlich. Nice. Leute, das war gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Schornstein ist natürlich hier noch, wie gehabt, machen wir erst mal so. Warten wir den, können wir auf jeden Fall mal... So. Und die Geschütze, da haben wir 28 Zentimeter Geschütze. Doppeler Fette. Doppeler Fette. Haben wir nicht. Duh, 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 duh. Mal drei Prozent breiter. Okay. Okay. What do you do with a Gummischu? Liegt das nicht an der Breite, sondern an der Länge? Ah, fuck. Ist das ärgerlich. Das geht, ist das ärgerlich. Das schmerzt. Das schmerzt. Das schmerzt. Ich will aber gleich mal probieren, auf was für ein Kaliber wir die hier kriegen. Das ist doch auch okay. Das schmerzt. Das sind jetzt 11,6 Kilometer Reichweite. Okay. Bevor wir jetzt weitermachen mit der Sekundärartillerie, dann gucken wir erstmal hier. Antrieb und natürlich hier 300% haben wir jetzt schon. Ich glaube das lassen wir auf ausgewogen mal. Hydraulische Lenkung. Jawohl. Dann Nickelstahl. Dann natürlich die besten Barbetten, das beste Anti-Torpedo. Auch die Shotwände, das beste was wir haben. Und die Zitadelle. So. Dann kommen wir jetzt auf 16.000 Tonnen. Dann machen wir jetzt mal die Sekundärartillerie. Kasematten würde ich mal 7,6 hier oben. Dann machen wir 10 Zentimeter hier und Sekundärartillerie gehen wir auf 12. Ne, will er nicht. Auf 10. Jawohl. Darf er aber schön in doppeler fetten. Das sieht ja merkwürdig aus. So, warte mal. Ja, 17.000 Tonnen, das passt. Wenn ich den weg mache hier. Ja. Ah ja. Okay. Machen wir es so. 7,6 Zentimeter Doppeldafette. Auf, mach die Pötchen nochmal weg. Jawohl. Und dann, ja genau, da haben wir 7,6. Dann machen wir hier mal die Kasematten. Machen wir ruhig mal fette Dinge rein. Und dann hier auch, das sagt die Tonnage, ja. Dann haben wir da nämlich noch ein bisschen Feuerkraft. so. Okay. Dann wollen wir mal mit der Geschwindigkeit gucken. Das ist ja jetzt hier gewichtsmäßig, Rauchinterferenz, Motorkosten pro Gewicht ist mir wurscht. 27 PS pro Tonne. Ne, das ist sogar noch schwerer. Haben wir alles schon verbaut, was wir verbauen wollen? Nein, haben wir nicht. Langstrecken-Genauigkeit von Waffen. So, aber jetzt wird es nämlich, geht es hier ans Eingemachte, ja. Was haben wir da jetzt? 7,6 Sekundär, 7,6. Na ja, dann gucken wir mal hier. Verhörte Panzerbrechende Munition. Standardverhältnis. Weiche Kappe. Eine gängige Spitzenmunition mit besonderer weichen Kappe an der Spitze. Die hilft tiefer in die Stellplatte einzudringen, bevor sie explodiert. Durchschlagskraft ist eine typische, etwas leichtere Sprengladung. Ja, machen wir mal. Halb-Standard. Halb-Panzerbrechende Granate. Ja, machen wir mal das. Standard. Standard. Das ist jetzt natürlich Mist, weil da werden wir zu schwer, denke ich mal. Das brauchen wir aber. Hier können wir ein bisschen Tonnage einsparen. Das ist natürlich, das ist natürlich bitter, ne. Wir brauchen neuen Stahl, der leichter ist. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier 18 Knoten laufen können. Ja. Können wir auch 20 Knoten laufen? Nein. 19 Knoten. Ja. 19 Knoten kann ich mit Leben. Ah ja. Das können wir auch. Guck mal, was die für eine Reichweite haben. So viel brauchen wir gar nicht. Jetzt haben wir noch ganz schön Tonnage nämlich. Dann können wir hier 20 Knoten laufen. Und haben immerhin immer noch 1000 Tonnen. So, und dann können wir nämlich hier Shots nämlich auf viele. Das ist ja wichtiger hier als die Reichweite. Und dann können wir sogar noch ein bisschen an der Panzerung rumdrehen. Ah, okay. Das war's schon. Wir können noch ein bisschen Achtern, den Heckgürtel noch ein bisschen verstärken. So. Da sind wir genau bei 17.000 Tonnen. Was sagt ihr? Aber jetzt haben wir natürlich hier nur so eine gimpige Mittelartillerie, ne. Auf der anderen Seite haben wir jetzt, hm, machen wir denn Schiffsdetails. Ist das hier? Oder sieht man das auch hier? Hauptgeschütze. Ne, sieht man nicht. Hier gebe ich dann kein Schiffsdetails. Türme. Also das sind nur die Stats, Wendeerkennung, Waffen. Hier. Also wir haben ja noch acht 15 Zentimeter Kanonen. Das ist auch nicht zu unterschätzen, ne. Also das ist ja letzten Endes auch nochmal eine komplette Kreuzerbewaffnung, wenn man so will. Zwei, also vier 26 Zentimeter, acht 15 Zentimeter, vier, ne, ach ja, und wir haben ja hier noch jede Menge. Achtzehn, äh, 7,6er haben wir hier oben ja noch jede Menge. Warum ist das denn? Viermal sind die, die hier oben sind, ne. Ja. Naja. Ja. 7, komm. Was wiegt das Ding denn hier? Gewicht 17 Tonnen. Naja, das ist schon ein Unterschied. könnten natürlich den nebenturm haben wir natürlich den dritten der wiegt 437 tonnen austauschen da will man noch mal 100 tonnen sparen aber das ist natürlich ein bisschen cooler haben wir da jetzt den besten tower eigentlich ja also ich würde es so bauen die ist natürlich jetzt für den frontalangriff ziemlich cool obwohl zur seite feuern dann halt auch eben 4 15 cm und 424 cm was sagt ihr also mit der mittelartillerie bin ich nicht so zufrieden aber wir haben einfach hier ein gewichtsproblem hat klar kann man jetzt sagen wir wir verzichten auf sowas da haben wir dann noch mal 200 tonnen aber nach ladezeit zehn prozent das ist halt zehn prozent mehr damage was was die hauptartillerie fährt letzten endes hydraulik könnte man auch noch mal 200 tonnen sparen wie viel probieren machen das mal mal zehn zentimeter probieren es ist gar nicht so schlecht heft ein bisschen dass wir hier das jetzt auf beiden seiten hallo ich kann mal das hoch was passiert was passiert denn jetzt ne das das geht nicht das wäre auch noch eine variante dann hätten wir halt wirklich die hydraulik hier raus 25 prozent turmdrehgeschwindigkeit ist halt echt eine nummer ne das ist halt echt eine nummer auf der anderen seite wenn man dann man wechselt halt auch nicht dauernd das ziel jetzt oder oder dreht ständig mit einem schlachtschiff ne und so haben wir jetzt nochmal auf jeder seite vier vier zehn zentimeter kanonen ohne hier die 7 7,6 er einzubüßen also wir haben hier noch mal eine feuerkraft von effektiv 14 zentimeter kanonen gewonnen dafür drehten die hauptürme oder natürlich alle türme aber bei den hauptürmen kommt das natürlich am stärksten zum tragen dafür drehen die hauptürme um einiges langsamer und ich würde fast sagen dass das lohnt sich aber 10 zentimeter ist halt auch eine nummer ja gerade wenn man gegen kreuzer kämpft oder so was ist das schon mark 2 auch ja auch das mark 2 also wir haben hier auch echt moderne geschütze an bord außer hier die mark 1 vielleicht tauschen wir die durch zwölf zentimeter aus ap reich bei 8,5 15 zentimeter ist halt im kaliber ein bisschen größer aber ansonsten das sind wo waren die jetzt hier ich will mal gucken ob wir wenn wir da zwölf zentimeter verbauen da gewinnen wir ja gewinnen wir ja auch noch mal ein bisschen gewicht natürlich verlieren wir da kaliber ein bisschen aber nicht an reichweite verlieren wir und wir haben noch mal 130 tonnen und das ist jetzt ein übergewicht was wir durchaus hier handeln können indem wir einfach zwei pünktchen gürtelpanzerung ja und dann können wir heck gürtel ein bisschen nach oben machen weil da verbessern wir noch mal die balance das ist ja gut da ist vielleicht noch irgendeine nachkommastelle oder so ja ich glaube so machen wir das wir gucken uns noch mal die schiffsdetails an also die bewaffnung haben wir jetzt verstärkt ohne die drehgeschwindigkeit der türme zu verschlechtern wir haben ein bisschen schlechteres kaliber was die kasematten artillerie nach vorne und achtern angeht allerdings haben wir keinen reichweiten nachteil und wir haben das modernere geschütz verbaut dazu kommen jetzt 14 zentimeter kanonen jeweils an backbord und steuerbord seite und auch die wirken ja durchaus nach vorne ja also für den feuerkampf nach vorne haben wir hier ja was gewonnen auf jeden fall wir haben nach wie vor auf backbord und steuerbord seite 47,6 zentimeter und wir haben die moderne hydraulik was das drehen des turms beschleunigt ja das ist natürlich hier ist nicht nicht so optimal ja da hätte ich mir gewünscht hier noch ein bisschen mehr der panzerung verbauen zu dürfen dass die ein bisschen besser in der auf also durch die see geht aber gut das ist so was schwebt hier in der luft was ist das da schwebt irgendwas in der luft irgendwas schwebt da jetzt in der luft kasematten komisch naja was sagt ihr ich finde es ist ein gelungenes design wir gucken uns mal diese ollen tooltips da das ist wirklich gucken wir uns mal den plan an wir haben auch eine ordentliche geschwindigkeit ja also das kann durchaus mit den kreuzern mithalten das ist auch viel wert halt ja wir haben nicht so eine große reichweite brauchen wir aber auch nicht ja also das ist eine reichweite wie bei unseren kreuzern auch wir können noch mal eine variante bauen oder vielleicht als schlachtkreuzer oder so der eine größere reichweite hat aber jetzt erstmal vor allen dingen um nord oder ostsee zu beherrschen halt ja ist das doch ein passabler ein passabler entwurf markgraf nee preußen schlachtschiff preußen wird direkt auf kiel gelegt ich bin zufrieden schreibt mir mal in die kommentare was ihr davon haltet so die preußen die bauen wir und zwar gleich sechsmal wo sind sie da und zwar kommen vier ah die meckpommen die verlegen wir in die ostsee nach willemshafen so und die meckpommen und die hildebrand kommen nach kiel ok ok das heißt wir rüsten weiter auf torpedoboote bauen wir gerade torpedoboote eigentlich ne doch inbetriebnahme haben wir gerade da warten wir nochmal auf technische fortschritte um dann neues design beziehungsweise das pluto design anzupassen denn uns erwarten hier ah wir kriegen ein neues kreuzer design uhuhuhuhu neue schiffsteile verfügbar ne hätten wir nochmal warten müssen jetzt wahrscheinlich ne quatsch so das werden wir hier beschleunigen torpedogröße jawohl so machen wir das weiter geht's ich kann ruhig noch ein bisschen hier daddeln also besteht keine notwendigkeit hier jetzt schon die folge zu beenden 17 zoll torpedos 430 mm sehr schön 30 mm torpedoschaden ok jawollo handeln mit kriegsschiften portugal machen wir jetzt mal einfach damit die auch ihre flotten modernisieren können so jawohl machen wir einen weiter neue kessel 5.000 tonnen wir müssen ca. auf 7.000 7.500 tonnen kommen leichte kreuzer design um unsere unseren schweren kreuzer oder ja dürfen sie drei stück pluto klasse jup ich bin mal wieder ein bisschen spendabel so hier gehen wir mal raus dann rüstungsqualität das da machen wir mal den fokus jetzt hin müssen deutscher stahl muss der welt überlegen sein minen haben wir hier bald sehr schön sprengstoffe kleine waffen wissen wir noch nicht was da kommt kann ich mir aber vielleicht denken die 6 zoll kanone kommt da neu auch auch interessant ja da kurz mal politik noch gucken wir sind wieder abgesackt warum auch immer es ist sag ich mal friedlich wir haben noch genug geld mehr als genug so frühe kontaktminen ach forschung hätte ich eben machen müssen dann gucken wir mal ob jetzt hier ja provoziert ihr ruhig jup bauen bauen wissenschaft so ja kleine waffen können wir mal und dann rumpf verstärken machen wir zweimal weiter handeln mit kriegsschiffen ja torpedobot ist ok spannend irgendwie ich finde es irgendwie gerade spannend so 15 cm geschütze haben wir Portugal ja wegen mir Widerstand niedergeschlagen ich finde es gerade spannend mal gucken flotter wie sieht es aus gebaut leichter kreuzer das dauert ne also das ist natürlich dann schon das dauert die die Preußen mit Doppel S oder was das ist eigentlich merkwürdig wissenschaft kleinere waffen interner schutz mhm torpedos sprengstoffe kriegen wir da ballestit ok rüstungsqualität sehr gut und eigentlich müssten wir auch hier mal dann einen Fokus drauf legen die Frage ist was kommt hier als nächstes ja die Frage ist was kommt hier als nächstes Torpedoboot Zerstörer Neues Design Neues Design Torpedoboot Zerstörer sieht aber irgendwie gar nicht anders aus sondern nur größer das gefällt mir very good was haben wir hier drauf ja da könnten wir die Köln nachrüsten vielleicht naja da müssen wir sie aber breiter machen ne aber das geht ja glaube ich im nachrüsten nicht ne das aber können wir da Doppellaffetten verbauen ne ähm ja was müssten wir erforschen um hier auf eine Doppellaffette zu kommen ich glaube äh wie heißt das Mechanismen ne dann Shits Anordnung ne zweimal 8 Zoll Kasemattenkanonen Fässer für Hauptgeschütz was Fässer ist ja irgendwie schlecht übersetzt Rüstungsqualität Rüstungsqualität Gewicht alle Typen 15% das ist richtig richtig viel ne ne und wir können jetzt hier schwerer schwerer Kreuzer die Frage ist neues Design für unseren hier semi armoured cruiser wir kommen was was hindert uns hier dran auf 7000 Tonnen zu kommen ist das das leichte Kreuzer Design was uns daran hindert oder ist es die Werft ich glaube es ist das leichte Kreuzer Design Tatsache wir gucken mal Wissenschaft leichter Kreuzer ja 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 also das heißt wir müssen einen zweiten Schwerpunkt setzen so um hier auf eine größere Tonnage von leichten Kreuzern zu kommen und für 6000 Tonnen ich weiß nicht ob das reicht das ist schon mal sehr gut hier bzw. verbessert ich habe überhaupt keine Lust jetzt hier die Folge zu beenden muss ich ganz ehrlich sagen wie sieht es bei dir aus kannst du noch könnt ruhig mal was sagen über die über die Länge der der Folgen aber ich finde eine Stunde eigentlich weil weil das Spiel so langatmig ist ja es finde ich so 30 minütige Folgen wäre mir ja irgendwie zu kurz ein peinlicher Vorfall betrifft die Vereinigten Staaten einer ihrer reichsten Geschäftsmänner in der Schiffsbauindustrie wird illegaler Aktivitäten in unserem Land beschuldigt wenn wir diese Person verfolgen wenn unsere Beziehung zu den Vereinigten Staaten negativ beeinflusst was sollen wir tun wir sollten uns nicht in die Justiz einmischen wird illegaler Aktivitäten in unserem Land wieso sollen wir uns nicht in die Justiz wir als Marine nicht in die Justiz oder was ein Teil unserer Marinerefonds wird aufgrund der korrupten Aktivitäten die nötig sind um diesen Schlamassel aufzuräumen verloren gehen ja dann muss ich mich leider einmischen auch schon wieder Unruhe ach ach einige unserer Industriellen möchten in die Modernisierung der Werften von Japan investieren was ist deine Meinung jede Zusammenhalt sollte ein weiterer Vorteil sein wir sollten auch die Geschäftsbedingungen dazu auf auf unser Schiff ja das machen wir mal oh plus 5 Unruhe meine Güte oh 9000 Tonnen schwerer Kreuzer ich kacke in den Salat nein das jetzt wird es langsam hier ich weiß auch nicht wann hier mal Bürgerkrieg oder so äh gibt Scheiße Wissenschaft 9000 aber 9000 Tonnen schwerer Kreuzer zack so wir müssen unbedingt jetzt mal die Unruhen hier irgendwie in den Griff kriegen aber es ist gar nicht so einfach wenn man sich das nicht anguckt vorher ja also ich habe nie damit gerechnet dass da jetzt Unruhen bei rauskommen wenn ich in Japan halt investiere halt ja warum soll es denn da Unruhen geben nein ich bin schlecht gelaunt so 1899 sollen wir das Jahr dann noch voll machen machen wir was soll's so das ist schon mal richtig gut Rüstungsgewicht auch für unser für unser Kreuzer Projekt unser geplantes wir bauen immer noch immer noch Schiffe aber wir kriegen dann echt gleich einen Haufen Schlachtschiffe was sagen die Finanzen ja das ist ja das ist ja alles alles entspannt hier so große Waffen da müssten wir dann 12 Zoll ja Mark II kriegen aber wir konnten ja noch nicht mal die die 11 Zoll verbauen Schiffsanordnung das ist natürlich auch was gibt's denn Rischel Seitenmontage für große Waffen was wird denn Schiffsdesign bis zu sechs große Kanonen mhm ach und hier steht auch immer das Jahr dabei eigentlich wann das normalerweise rauskommt ok ok so Wissenschaft ja Entfernungsmesser kommen wir auch nicht voran ne Neue Technologie neue Rümpfe verfügbar Leichter Kreuzer krass wo kommt das jetzt her so schnell ging das 6000 Tonnen wir brauchen 7000 Tonnen aber wir haben auch leichteren Stahl dun 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 Wissenschaft die Wissenschaft so das müssen wir auch mal vorantreiben ja kleinere Waffen 20 cm Mark II haben wir 15 cm da müssten wir auch vorankommen Rumpfbau was gibt's da ja Rumpfgewicht können wir weiter aber aber nicht so deutlich ne wo hat er denn jetzt den 7000 Tonnen ist es der neue Schiffsrumpf oder wie der uns das ermöglicht rechte Kreuzer kreuzer 6000 Tonnen 6000 Tonnen 8000 Tonnen yes ah ne das ist ein ne das ist da hab ich mich jetzt zu früh gefreut welche Rümpfe sind jetzt hier neu welche Rümpfe sind jetzt hier neu das haben wir ja eben gebaut leichte Kreuzer 6000 Tonnen ist der Rumpf neu hier 6000 Tonnen ja ich bin ein bisschen irritiert wo diese war da stand ja nicht eben 7000 Tonnen leichte Kreuzer irgendwie bin ich jetzt gerade irritiert was sonst Qualität was sonst Qualität na ich glaub da war das doch oder Kreuzer Design schwerer 9000 Tonnen schwerer Kreuzer mit 8000 hier oder war das das ja sorry irgendwie stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch leichte Kreuzer sind wir immer noch bei 6000 Tonnen hier geht der schwere Kreuzer los vielleicht ist das nächste das nächste mit 7000 Tonnen weil dann könnten wir diesen Semi Armored Cruiser bauen bietet uns den Handelsvertrag an der sich letztendlich als profitabel für sie als für uns heraus es wird sie jetzt mal für die Zukunft beworben aber wir brauchen nicht als doch ich habe gehofft die 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 Unruhe geht ein bisschen runter so jetzt sind vor allen Dingen noch die Schlachtschiffe hier im Bau eine Person wurde mit starken Beweisen dass sie in unser Land ausspielen nicht hat der Außenminister hat sie gefragt wie er auf diplomatische Ebene handeln soll es ist noch nicht bekannt ich finde er arbeitet daher empfohlen diese Angelegenheit von der Öffentlichkeit zu verbergen ja machen wir mal NEIN wieso geht die denn die Unruhe hoch wenn ich das vor der Öffentlichkeit verberge ach ein Sheet so ein Schlachtschiff ist fertig nein Basti ist sauer als Bedrohung Niger heißt das nicht N-Wort Entschuldigung so wir gucken mal Beziehungen sind fantastisch alle große Waffen was kriegen wir denn jetzt hier schwerer Kreuzer mit 10.000 Tonnen Jesus Christus neue Rümpfe verfügbar Was kriegen wir hier Marinegeschütz Längensunahme für Standardgeschützrohre Leitstelle wissen wir noch nicht Rumpfbau das ist gar nicht so einfach hier die die leichten Kreuzer zu verbessern aber dann haben wir schon mal einen Ausblick neue Rümpfe schwerer Kreuzer ja wegen mir so große Waffen ja das das hilft uns nicht weiter Rumpfschutz könnte man doppelter Boden ja warum nicht eigentlich ne warum eigentlich nicht Torpedoantrieb Antrieb Geschwindigkeit Genauigkeit und 1500 Meter Reichweite auch nice also das Jahr machen wir jetzt noch fertig nein ich bin wieder schlecht gelaunt die Spannung zwischen den beiden Ländern nehmen gefährlich offensiv wird innerhalb der nächsten Monats erwartet Anführer von Zambia das muss ja irgendwie Zentralafrika was ist Zambia ah hier Niger da haben wir es ach cool da sieht man dann sogar wohin hier angegriffen wird also dann ähm Tippets ok ok ich verlege jetzt mal Schiff bewegen das geht nach Wilhelmshaven und zwar alle um Zug wir bilden jetzt äh einen Flottenverband der nach Afrika verlegt wird hallo hallo ok und zwar Schiff bewegen zwei Schlachtschiffe die die Bayern und die Preußen das ist doch eine schöne Kombo ähm die Rohnen schwerer Kreuzer Rohnen drei leichte Kreuzer also Hamburg, Lübeck und Mainz und Zug ok kann man eigentlich Stützpunkte irgendwie gezielt ausbauen ne ne Schwerer Kreuzer York ist ja auch vor Ort Stornieren ok Wissenschaft Entfernungsmesser läuft Torpedoantrieb Javolo große Waffen ist gerade nutzlos für uns 5 Monate machen wir das mal so die war es da von der Runde ok so bis in den Dezember oder naja bis in den Januar spielen wir und dann checken wir nochmal die Wissenschaft so doppelter Boden Doppelter Boden Doppelter Boden Doppelter Boden Doppelter Boden Entfernungsmesser sehr schön Torpedo oh Kessel haben wir auch wo ist denn das da dann geht das jetzt in den Kessel Torpedoantrieb 3 Monate dann machen wir einmal zack und dann sind wir auch am Ende dieser Folge auch wenn ich jetzt liebend gerne hier noch weitermachen würde oder ok super zwei neue Technologien wir gucken uns natürlich das nochmal an was jetzt hier passiert ist das können wir für das da brauchen wir keinen Fokus machen einen Monat sehr schön große Waffen kleine Waffen was kommt hier als nächstes die 7 Zoll ach komm das ist gar nicht so schlecht ansonsten natürlich auch hier Motoren für einen Kreuzer wir können mittlerweile 10.000 Tonnen hier aufbieten Minen da könnte man auch mal da sind wir hinterher ne und da sind wir das Seebombardement ja da müssen wir vielleicht auch mal an den Doktrinen vielleicht auch mal arbeiten ok ihr Lieben was kriegen wir denn hier ja neue Feuerleitanlage Waffenausrichtung das ist eigentlich auch für Kreuzer ganz geil ne einfach weil die dann schnell neue Ziele auffassen können dann kriegen wir hier einen neuen Kessel neues Schiffsteil verfügbar sehen wir dann noch ja was uns das bringt spezielle Maschinen dann ja da geht was ne Kreuzer Design neue Rümpfe ich will gerade mal eben in Schiffs Design reinschauen das war schon mal so ein bisschen Fantasien für nächste Runde da ist jetzt nichts dazu gekommen Armored Cruiser sind wir natürlich jetzt hier haben wir einen neuen Rumpf das ist auch noch gleich und das auch noch also leichter Kreuzer nun gut ja ihr Lieben vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe du hast genauso viel Freude hier an dem Let's Play wie ich ich bin gespannt wann sich hier die ersten Gefichte ergeben ich glaube wir haben unsere Flotte ganz ganz gut modernisiert und modernisieren weiter 59 Schiffe das ist doch eine beachtliche Anzahl wie ich finde lass mir ein Like da lass mir natürlich ein Abo da empfehle gerne meinen Kanal weiter oder dieses Let's Play würde ich mich sehr freuen damit hilfst du mir sehr viel weiter ich bin der Basti und ich bin hier raus Ciao Ciao auf 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 auf